Ja, meine lieben Freunde der Nacht, und da sind wir auch schon wieder bei uns in der nächsten Folge von Let's Play, der Elder Scrolls V, Skyrim. Und tot. Und vor dem Typen habe ich Angst. Bei diesen Anführungen mit einer riesigen Axt, die ordentlich Schaden macht. Das war gar nicht. Hm. So, ich nehme mal lieber das Wort auf Stufe 1. Ähm. So, es kommt mir noch zu nah und tötet mich. Das mag ich nicht. So, und weiter jetzt. Und tot. Danke Lydia für deine harte Arbeit. Jetzt lass dir Lydia in Ruhe, sonst... Nein, du lässt Lydia in Ruhe. Wir sind verloblich. Ja. Uh, sie hat überlebt. Oh, um Dietrich Gold, Wein. Gold, was hat der für eine geil-Axt, also. Stahlschuld, ne. Schlecht, dass man meint, so, Pfeil. Oh, Gold. Bier ist immer gut, oh, Gold und Dietrich und Gold. Sehr schön. Ähm, war das jetzt der, wo wir hin sollten? Mal überlegen, äh, mal schauen. Das Horn von... Nein, Moment, tötet den Banditenanführer. Nein, das war er noch nicht. Oh, eine Truhe, meine Freunde. Ein orkischer Boden der Verbrennung. Genial, den nehmen wir. Zack, zack. Und am Litt von Mara. Sehr schön. Freude unsere Magier-Freunde. Und uns. Und Objekte, Waffen. Nein, du nicht mehr, sondern dieser da. Der gefällt mir übrigens sehr, sehr gut. Und wir haben ein Buch. Zauberbuch, beschworenes Schwert. Das gefällt mir. Das lernen wir natürlich gleich, wenn wir hier noch weiter ausgeraubt haben. Ja, Lydia, ich weiß, wie es dir geht. Ich habe auch Husten, macht nichts draus. Und lernen wir das Ding doch direkt mal in meinen Büchern. Ganz nach unten und... Er schafft für 120 Sekunden ein magisches Schwert. Wird beim Wegstecken gebannt. Und für unsere Magie-Freunde, schauen wir uns das Ding natürlich mal an. Stopp, falsch, Magie. I. Beschwörung. F. Und wieder etwas mehr in meiner Favoritenliste, zack. Cool. Was aber nur da, irgendwas Interessantes? Nein. Ich brauche jetzt einen Gegner, bevor ich hier weiter ausblündere. Gegner, 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 Gegner. Zu spät. Egal. Deswegen ist eh gleich wieder vorbei. Dann können wir auch gleich plündern und danach die Gegner holen. Und ich habe mal wieder einen kleinen Mini-Lag. Lange nicht mehr passiert. Brauchen wir gerade nicht. Aber die ist Geld wert. Und die ist mir zu schwer. Lösegeld für Sarek mitnehmen. Irrlicht mitnehmen. Dieb der Tugend mitnehmen. Das sind alles Geschichtsbücher, verdammt nochmal. Der Akronische Bericht mitnehmen. Zauberdrang mitnehmen. Und Leck haben wir auch wieder. Haben wir ja gerade schon lange nicht mehr gehabt. Und tausend weitere Bücher. Das ist wahr. Schwaches Gift der Furcht. Und zu schwer. Der Codex mitnehmen. Biografie. Oh, ah. Das geht ja doch mit E gedrückt halten. Oh, wie geil. Oh, die Episode hat irgendwas da von dem Namen. Lydia. Lass wir da reinschauen. Ach so, da hatten wir es schon. Und dann können wir auch gleich die Axt mitnehmen und Lydia geben. Lydia, ich habe was für die Idee. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Oder Lydia bekommt den Titel. Das kann auch sein. Oh, Moment. Stopp Waffen. Länder. Nein. Nee. Er. 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 Er hat. Ich will den nicht tragen. Ich will den Lydia geben. Na gut. Oh, denke mal auf Lydia geben. Und weiter bei der Bekleidung. Bei meiner Bekleidung. Oh, irgendwas schweres. Nö. Waffen. Äh. Ich könnte Lydia jetzt 1000 Bücher geben. Und einfach die ganzen Pätze. Auch alles viel wert. Und ich glaube, Lydia ist überladen. Tatsächlich Lydia ist auch überladen. Ihr geht vor. Ich folge. So, meine Waffe. Okay Lydia, ich gehe vor. Und wir schließen wir eben die Türe auf. Klasse. Ja, nein. Da. Haha. Gut. Klasse. Mit durch den Ding, 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 dong. Salz. Mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen. In 11 Uhr. Juh. Ich muss bei sonstiges jetzt schauen, was ich hier habe. Ich muss zeuglos werden. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Oh, die verkaufen wir. Brauchen wir wohl eher nicht. Brauchen wir wohl eher auch nicht. Hey, wir haben schon mal gewichtlos bekommen. Bücher haben wir tausende. Okay, hier irgendwas schwierige, schweres. Entroffel essen wir mal. Ausdauer wiederherstellen. Sehr schön. Okay, irgendwas schweres. Knochenmäh ist schwer. Klasse, zweimal Ausdauer senken hat es schon. Ein menschliches Herz. Ne, das essen wir doch auch mal. Lecker, Kannibalen und so. Eine Pfahlwurzel ist auch ziemlich schwer. Ach, Trollfett kann man doch eigentlich auch essen. Oh, ha, 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 das war das Fall. Würde ich aber auch machen, wenn ich so ein Mist essen müsste. Ha, ha, ha. Und, speichern wir mal. Und weiter geht's. Ein Tonister. Der schwarze Pfeil, Band 1. Karotte, Zaubertrank, Kupfer, DERD. Sehr schön. Holzverlags ist vielleicht normal, eine schlechte Idee. Objekte, Waffen, Holzverlags. Weck mal damit. Sonstiges. Ist eine Spitzhäcke eigentlich eine Waffe? Oh. Dann kann ich eigentlich die Säge wegschmeißen. So, ob er mich möchte jetzt das Buch. Und zwar war das. Welches Buch war das jetzt? Ich hab da schon so ein paar. Der verschlossene Raum. Nein. Der schwarze Pfeil. Nein. Das war's falsch. Der schwarze Pfeil. Ich weiß das wieder. Nicht das. Lass mich doch mal. Ja. Okay. Gibt auch keinen Skillpunkt. Ein Besen. Falle. Okay, dann gehen wir mal rein. In den Fluchttunnel. Und weil das so passend ist, beende ich hier in diesem Tunnel. Direkt mal. Oh, warte, vorher möchte ich die Waffe sein. Pam. Meine eigene Waffe ist besser. Bitte was? Egal wie, aber ich will das mitnehmen. Ich hab auch schon eine Idee, wie. Stahl zwei Hände der Himmelsschmiede. Ein Schleifstein. Benutzen wir doch direkt mal. Das machen wir doch jetzt noch eben. Ja, genau den. Ach ja, da war ja mal was. Man kann ja nicht alles und jeden. Ja, das wollte ich nicht. Aber die Werkbank. Darf ich hier? Ja, ich darf meinen Helm verstärken. Ist das nicht toll? So. Amboss kann man auch benutzen. Ah, kann ich jetzt Zeug herstellen. Ein Haufen Eisenmist und so. Schmuck. Eine Halskette könnte ich herstellen. Oder Ringe. Silberne Amnethyst. Silberne Amnethyst. Cool, wir können hier voll zum Silberschmied werden. Dann machen wir was meine goldene Halskette. Und dann machen wir einen silbernen Amnethyst Ring. Und haben die Spielkunst verbessert und sind nochmal zusätzlich zu unserem Level Up weitergegangen. Und wir verteilen natürlich gleich mal an den Skillpunkt. Huhu. Gesundheit bitte, danke. Und wir gehen direkt wieder auf Blocken. Und was sind das für Lecks? Das ist doch wieder... Äh. So. Was? Nächste? 25 Prozent? Ach, komm, jetzt, oder? Nee. Verdammt. Egal. Ähm. Und Skype hat das Ende der Episode an... Wir können nicht und so und damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. So. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.